Fratz IV. war ein pathischer König, der von 38 v. c. h. r. bis 2 v. c. h. r. regierte, leben. Fratz war der älteste Sohn von Orutz II., der seinen Sohn zum Nachfolger bestimmte. Um seine Position zu stärken, ermordete Fratz IV., seinen Vater, seine Brüder und seinen Sohn. Anscheinend wütete er auch gegen die pathischen Adligen, von denen ein gewisser Moneses ins Römische Reich flüchtete und dort den Triumphirn Markus Antonius überredete, einen Feldzug gegen die Pater zu unternehmen. Markus Antonius bereitete sich tatsächlich auf einen Feldzug vor und zwang den armenischen König Atavast zu einer Allianz mit den Römern. 36 v. c. h. r. begann der Feldzug mit etwa 100.000 Mann, endete aber in einem Desaster. 32.000 Soldaten sollen getötet oder in die Gefangenschaft geführt worden sein. Der armenische Herrscher sagte sich von den Römern los. Bald darauf hatte Fratz IV. mit innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Thiridates II. revoltierte gegen Fratz IV., der sich zunächst in den Norden seines Reiches zurückziehen musste, dann aber Thiridates II. bei einem Gegenangriff nach Syrien vertreiben konnte. Thiridates II. war es jedoch gelungen, einen Sohn von Fratz IV. als Geisel zu nehmen, den er den Römern übergab. Im Jahr 26 v. c. h. r. kehrte Thiridates II. wieder zurück und eroberte kurzzeitig Teile von Mesopotamien, wurde aber 25 v. c. h. r. endgültig aus Patien vertrieben. Die Römer tauschten schließlich im Jahre 20 v. c. h. r. den von ihnen in Gefangenschaft gehaltenen Sohn von Fratz IV. gegen die Feldzeichen aus die Fratz IV. und sein Vater Eurutz II. erbeutet hatten. Neben den Feldzeichen wurden im Zuge dieses Handels auch viele römische Kriegsgefangene von den Patern an die Römer übergeben und der Euphrat als Grenze der beiden Reiche festgelegt. Bei diesem Austausch übergab Kaiser Augustus dem Herrscher auch eine Sklavin namens Musa, die Fratz IV. später heiratete Musa überredete Fratz IV. vier seiner Söhne zur Ausbildung nach Rom zu senden. Im Jahr 2 v. c. h. r. vergiftete Musa ihren Gemahl Fratz IV. und machte ihren Sohn Fratz V. zum König.